Moin Leute, mein Name ist Jonny Jarkas für D-Light und heute suchen wir die besten Clans in Northgard. Inklusive aller DLCs gibt es mittlerweile 16 Clans in Northgard und dabei kann man schnell die Übersicht verlieren. Deswegen wollen wir uns die Stärken und Schwächen der Clans angucken und anschließend bewerten. Bevor das Video aber anfängt, möchte ich von dir wissen, was dein Lieblingsclan ist. Welchen Clans spielst du am meisten und welchen am wenigsten? Schreib es jetzt in die Kommentare. Bevor wir starten, will ich noch sagen, dass diese T-List aus eigenen Erfahrungen und Beiträgen aus der Northgard Community stammt. Ich habe also versucht, alles unter einem Hut zu packen und dabei auch die einzelnen Spielmodi, Duell, Free4All und Team Games versucht einzubringen. Das Löwenkönigreich lassen wir dabei bewusst aus, weil es noch nicht im Rank verfügbar ist. Wenn alles gesagt ist, können wir jetzt nach und nach die einzelnen Kategorien durchgehen und dabei die Clans einordnen. Wir fangen ganz hinten an mit der D-Tier-Kategorie und in die D-Tier-Kategorie kann ich eigentlich keinen Clan so richtig reinpacken, weil jeder Clan Stärken hat, mit denen er glänzen kann. Nichtsdestotrotz muss ich hier leider den Ratten-Clan reinsetzen. Nach zahlreichen Nerfs, stark abgebaut und nur noch in bestimmten Situationen stark. Darüber hinaus ist der Spielstil sehr egoistisch, wodurch der Clan auch im Teamplay nicht richtig abgehen kann. Der Clan ist nicht unspielbar, im Free4All oder Duell und vor allem im Late Game kann er sehr stark werden, aber aufgrund nur dieser einen Stärke landet der Ratten-Clan im Bereich D-Tier. Etwas stärker aber immer noch mit signifikanten Schwächen befinden sich folgende Clans im C-Tier-Bereich. Der Raben-Clan, weil er stark von der Map abhängig ist, also eine große Karte und ein langes Game, spielen dem Clan in die Karten. Gute Spieler werden aber genau das wissen und den Raben-Clan ganz einfach früh unter Druck setzen und versuchen ihn zu raschen, damit der Clan gar nicht erst stark wird. Der Lux-Clan, weil der Clan sehr anfällig ist. Man kann im Winter wirklich sehr schwach sein. Man kann zwar versuchen zu kämpfen oder Raubzüge standzuhalten, aber danach wird eine Eko einfach kaputt sein. Abschließend der Hirsch-Clan, weil er abgesehen von den Super Soldiers nicht sonderlich was zu bieten hat. Der Clan ist zwar gut für Anfänger und auch gut im Free4All, aber ihm fehlt das gewisse Etwas, um besser gerankt zu werden. Das waren die C-Tier-Clans und jetzt machen wir direkt weiter mit B-Tier. Bevor wir hier starten, muss ich sagen, dass das Spiel gerade gut gebalanced ist und jetzt wirklich nur noch Kleinigkeiten im Unterschied machen. Das Spiel ist einfach in einer guten Situation und man kann jeden Clan spielen und es sind nur noch wirklich so Kleinigkeiten, die manche Clans höher ranken lässt. In B-Tier finden wir dann den Schlangen-Clan, den Bären-Clan, den Kraken-Clan und den Drachen-Clan. Der Schlangen-Clan, weil man mit ihm Gegner sehr gut rushen kann. Wenn man das richtig einsetzt, hat der Gegner eigentlich keine Chance mehr. Anders ausgedrückt, wenn du siehst, dass dein Gegner den Schlangen-Clan wählt, kannst du dich schon mal auf viel Druck einstellen. Der Bären-Clan kommt wirklich sehr gut durch den Winter, hat eine starke Wirtschaft und ist mit Fisch nochmal besser. Also wenn man garantiert Fisch hat, kann man den Clan noch weiter oben platzieren. Dennoch ist der Clan am Anfang etwas langsamer, neutrale Camps zu beseitigen und für Festmale oder das Spähen ist er auch nicht ideal. Der Kraken-Clan ist jetzt nicht so häufig vertreten, aber wenn man den Clan beherrscht, dann ist man einfach unaufhaltsam. Der Clan ist wirklich gut, auch im Free-for-All, aber er ist auch sehr schwer zu lernen, weshalb ich den Clan hier unten platziere. Der Drachen-Clan hat wirklich eine einzigartige Spielart und macht auch sehr viel Spaß. Der Clan ist auch durchaus in Duellen, Free-for-Alls und Team-Games spielbar und man kann schon zu Beginn gerne viele Festmale machen, weil man einfach genug Nahrung hat. Allerdings, und jetzt kommen wir zu einem großen Manko, hat fast jeder Clan den Wissenschaftspunkt, indem er extra Schaden gegen Monster macht und im Drachen-Clan baust du nun mal Monster. Abgesehen davon hast du keine Range mit deinen Kriegern, weshalb man ihn mit Axtwerfern ganz leicht kontern kann und deswegen kriegt er auch nur B-Tier. Aber man kann ihn durchaus benutzen, um im Ranked zu klein. Kommen wir nun zu den letzten zwei Bewertungsebenen, dem A-Tier und dem S-Tier. Im A-Tier-Bereich finden wir zuerst den Wolf-Clan, weil er einfach einen unglaublich guten Clear hat, wenn nicht sogar den besten im Spiel. Und hier ist mit Clear das Beseitigen von neutralen Camps gemeint. Der Wolf-Clan ist darin einfach sehr gut und profitiert außerdem dadurch, weil er durch das Clearen Nahrung bekommt. Im Free-for-All oder Duellen ist der Clan aber sehr schwer zu spielen, deswegen nur A-Tier. Weiter geht's mit dem Eber-Clan. Der hat einfach eine so gute Echo, dass du einfach Spähen und Festmale machen kannst, wie du willst. Außerdem bekommst du sehr schnell die Möglichkeit, den Altar zu bauen, was dir auch nochmal einen guten Echo-Boost gibt. Das Manko bei dem Clan ist, dass du nicht wirklich auf Gebäude-Upgrades gehst, was dir am Ende schon einen erheblichen Nachteil gibt. Weiter geht's mit dem Ziegen-Clan. Und meine Güte hat der Clan eine gute Echo. Der Clan ist einfach simpel und mit den ganzen Schafen, die für dich Nahrung produzieren, kannst du deine Arbeiter dann noch effektiver einsetzen. Vielleicht ist der Clan nicht so spannend wie der Drachen-Clan und hat auch nicht so gute Militär, aber er ist wirklich sehr gut in Echo und auch für Anfänger sehr gut geeignet. Zum Schluss haben wir noch den Ochsen-Clan. Er ist im Early-Game zwar etwas schwächer, aber sobald du später im Spielverlauf ankommst, ist das Game eigentlich schon vorbei. Und du hast gewonnen. Deine Einheiten sind stärker, du hast massig Stein und bist einfach so stark, dass man da nichts mehr machen kann und mehr muss man dazu auch nicht sagen. Kommen wir nun abschließend zum ST-Bereich, der Crème de la Crème. Hier siedeln sich drei Clans an und ihr wollt bestimmt wissen wieso. Das sage ich euch jetzt. Hier oben siedelt sich der Pferde-Clan an. Der Pferde-Clan steht eigentlich schon für sich alleine. Du brauchst keine Minen, weil deine Clan-Führer meinen können, du hast eine solide Armee und kannst zwei Relikte bauen, was wirklich unglaublich stark ist. Dadurch, dass deine Helden so viel machen können, so bauen, schmieden und Erz abbauen, das auch noch schneller, könnte deine Arbeiter noch effizienter eingesetzt werden und es ist einfach super stark und effektiv. Weiter geht's mit dem Adler-Clan und dieser Clan ist einfach godlike. Er kann sehr gut spähen und kommt damit fast an den Raben-Clan ran und er ist fast so gut im Klieren wie der Wolfs-Clan. Mit dieser Mischung aus Spähen und Klieren muss der Clan einfach ST-Sein. Er ist super stark im Free-for-All, Duellen und Team-Plains. Er ist aber auch echt hart zu spielen. Also bei dem Clan ist immer viel los, was du managen musst und das musst du erstmal hinkriegen. Wenn du das aber raushaust, bist du super effektiv und kannst den Gegner auch schnell rushen und viel Kontrolle über die Map haben. Abschließend finden wir noch den Eichhörnchen-Clan hier oben, weil er eine so große Bevölkerung aufbauen kann, dass er kaum zu besiegen ist. In der Defensive kann er sich also sehr gut verteidigen und damit meine ich, dass du gerne mal deinem Gegner zahlenmäßig so überlegen bist, dass du doppelt so viele Einheiten hast. Damit macht der Clan sich sehr gut im Free-for-All, aber auch im Duellen und Team-Games. Wenn du also im Team ein Eichhörnchen-Clan hast oder ihn selbst spielst und das Gegner-Team das nicht hat, hast du das Game eigentlich schon zu 90% gewonnen. Das ist sie also, unsere Tierlist. Wie gesagt, ohne dem Königreich des Löwens, weil es aktuell noch für Ranked Disabled ist, es fühlt sich aber immer noch sehr stark an. Abschließend kann man nochmal sagen, dass es keinen Clan gibt, den man nicht spielen kann. Oben rechts findest du jetzt eine Playlist, in der ich dir zeige, wie du die Clans im Detail spielst. Denn sogar vermeidbar schwächere Clans können in gewissen Situationen den stärkeren überlegen sein, wenn man weiß, wie man die Stärken richtig einsetzt. Jetzt möchte ich noch von dir wissen, was sagst du zu dem Ranking? Womit bist du einverstanden oder siehst du eventuell manche Clans woanders? Schreibe es jetzt in die Kommentare und ich antworte dir gerne. Zum Abschluss bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum Abschluss bedanke ich mich fürs Zuschauen.